Wissen Sie, was das Lustigste an der zunehmend panischer werdenden Reaktion auf die Umfrageerfolge der Piraten ist? Menschen, die in ihrem ganzen Leben noch nie ein Wahlprogramm gelesen haben, beklagen sich darüber, dass die Piraten keines haben. Jenes Drittel der Bevölkerung aber, das sich laut Umfragen vorstellen kann, die Piraten zu wählen, weiß, in den Wahlprogrammen der etablierten Parteien werden traditionell viele edle Forderungen in wohlfeilen Schachtelsätzen zu Papier gebracht. Denn Papier ist geduldig. Und genau diese Geduld ist manchen im Wahlvolk verloren gegangen. Schwarz, Gelb, Grün, Rot und Rosa beschäftigen die Öffentlichkeit seit jeher mit monatelangen Spekulationen darüber, wer eventuell mit wem koalieren könnte oder wer denn nun Spitzenkandidat werden darf oder muss, während die echten Probleme im Hinterzimmer von den Lobbyisten gelöst werden. Unsere Parteien achten streng darauf, dass Posten nicht nach Sachkompetenz, sondern nach Parteizugehörigkeit unter Berücksichtigung des regionalen Proports vergeben werden. Das Wahlvolk hat sich längst daran gewöhnt, dass ein intelligenter Sauerländer keine Chance hat, wenn ein strunzdummer Westfale auf der Warteliste ganz oben steht, weil er seit Jahren treu die Parteischlangenlinie vertritt. In unserer Demokratie haben Fachfrauen keine Chance gegen Platzhirsche und Sachkundige keine Chance gegen Parteiseldaten, deren einzige Qualifikation darin besteht, den Arm zu heben, wenn der Fraktionsführer dazu aufruft. Wer wissen will, warum viele die Piraten attraktiv finden, muss sich nun die aktuelle Diskussion um die Neuregelung des Rederechts im Parlament ansehen. CDU, CSU, FDP und SPD wollte doch tatsächlich verhindern, dass im Parlament Abgeordnete zu Wort kommen dürfen, die nicht die eigene Parteilinie vertreten. Wo kommen wir denn da auch hin, wenn im Parlament jeder Abgeordnete seine Meinung laut sagen kann? Am Ende führt das noch zu demokratischen Abstimmungen. Wie soll man da berechenbare Politik machen? Ja, sicher, der Abgeordnete ist nur seinem Gewissen verpflichtet. Aber wo steht geschrieben, dass er frei sprechen darf? Verpflichtet ist er seinem Gewissen. Abhängig ist er von der Partei. Und die Partei hat immer recht. Dabei spielt keine Rolle, ob es sich um eine Einheitspartei oder ein Mehrparteiensystem handelt. Abgeordnete, die nicht mal im Ansatz begriffen haben, worüber sie beim Rettungsschirm abgestimmt haben, fürchten sich davor, dass ahnungslose Piraten ins Parlament kommen. Die etablierten Parteien haben diesen Staat als Beute untereinander aufgeteilt. Und wenn sie diese Beute nicht mehr freigeben, braucht es am Ende frei Beuter, um den Staat zu befreien. Bis neulich. Nacht. Vielen Dank.